Ey yo, was geht? Heute habe ich für euch eine Trading-Methode, mit der ihr richtig dick Coins machen könnt. Die Trading-Methode könnt ihr auf alle Budgets nutzen und eure Coins dadurch vermehren. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir switchen direkt auf die Konsole rüber. Als allererstes muss ich euch natürlich erklären, warum diese Trading-Methode aktuell so gut funktioniert. Und deswegen müssen wir einmal auf die Chemistry-Styles gehen und dann gehen wir auf den Chemistry-Style Shadow. Und was ihr jetzt euch alle denkt, ist ja, normalerweise kostet Shadow 4.000 bis 5.000 Coins. Aber aktuell ist das nämlich so, dass Shadow wirklich gar nicht teuer ist, denn wir kriegen Shadow teilweise für 1.000 Coins. Wie ihr das jetzt hier einmal sehen könnt, das ist sehr wichtig zu beachten. Aktuell sind wir auch in einer Phase von FIFA, wo unfassbar viele SBCs rauskommen und diese SBCs auch unbedingt abgeschlossen werden, da einige Karten oder einige SBCs einfach ein Must-Have sind. Dies wiederum hat zur Ursache, dass Player-Ratings 83, 84, 85 und noch höher relativ selten auf dem Markt sind. Bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel den günstigsten Chiellini-Preis anschauen, der jetzt bei 6.100 Coins ist, sehen wir hier auch nicht so, so viele Karten. Wenn wir auf Footband switchen, müssen wir jetzt natürlich die Spiele herausfiltern, die uns am Ende denn die Coins bringen in dieser Methode. Und dafür müssen wir einmal auf Players hier oben links gehen und auf PGP, Player Game Performance, as usual bei UV-Listen und überall müsst ihr immer hier hingehen. Und als nächstes gehen wir hier einmal drauf und geben einmal den Preis an. Und zwar geben wir hier den Maximalpreis von knapp 10.000 Coins an. Ihr könnt das Ganze im Budget auch anpassen, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt auch Special-Karten nehmen, die über 10.000 wert sind. Ihr müsst das Ganze nur einmal filtern. Und ich zeige euch natürlich auch ein paar Spieler, bei denen das zum Beispiel sehr gut funktioniert. Wenn wir jetzt noch auf Games klicken, finden wir heraus, welche Spieler davon am beliebtesten sind. Und jetzt können wir zum Beispiel einmal sehen, dass ein Kyle Walker bei 10k ist. Ihr müsst hier bei dieser Trading-Methode mit den Price-Ranges auf jeden Fall aufpassen. Aber wir nehmen einfach als Beispiel den Ashtar Fakimi, der 6.900 Coins kostet. Teilweise sind an der Stelle auch die Preisspannen ziemlich hoch. Deswegen recherchiert ordentlich und ihr findet noch teilweise richtig krasse Spieler, die euch noch mehr Profit bieten können. Sondern wir gehen jetzt einfach mal auf unter 7k und da sehen wir, okay, 6.900 geben wir für einen Hakimi aus. Wenn ihr in dieser Suche, by the way, einen Hakimi gefunden habt mit einer Shadow-Karte, nehmt euch den sofort mit und den könnt ihr instant für 1.000 bis 2.000 Coins teurer draufstellen. Als nächstes müssen wir natürlich gucken, was so ein Hakimi mit einer Shadow-Karte kostet. Und wir sehen, dass er bei 1k teurer zumindest noch nicht auf dem Markt ist. Jetzt gehen wir mal bis 8.500 Coins und finden immer noch keinen Hakimi. Und wenn wir jetzt noch einen Ticken weitergehen, finden wir den ersten Hakimi, der zwar nur noch 2 Minuten geht, aber das ist die einzige Karte. Und wenn du einen Hakimi brauchst, den du vielleicht in einem Team anbaust für irgendeine Challenge oder für sonst was, dann wirst du auf jeden Fall diesen Hakimi kaufen. Und gegebenenfalls auch noch eventuell einen teureren. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf 9.500 gehen, sehen wir, dass der halt, ja, relativ häufig jetzt vorhanden ist. Aber trotzdem ist das eine Riesenspanne, denn wir haben ja nur 6.800 Coins ausgegeben, plus die 1.000 Coins für Shadow sind wir bei 7.800 und wir können die für 9.500 verkaufen, was relativ gut funktioniert. Auch hier ist das Ganze wirklich sehr wichtig, dass ihr die Karten regelmäßig anbietet, denn aktuell ist das so, dass natürlich nicht alle Karten davon verkauft werden, aber es verkaufen sich deutlich, deutlich mehr als bei einer normalen UV-Liste. Und wenn euch an der Stelle das Video weiterhilft, würde es mich riesig unterstützen. Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, 50 Likes sind auch hier wieder das Ziel bei dem Video. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr zu FIFA verpassen wollt, dann könnt ihr auch ganz gerne den Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Kuss, 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 vielen Dank für euren Support, wir machen jetzt weiter. So, da ich euch jetzt das Ganze gezeigt habe, wie man die ganzen Karten raussucht, welche Karten man am besten nimmt, zeige ich euch jetzt natürlich auch noch ein paar Spieler, die ihr benutzen könnt dafür, die ich jetzt auch unter anderem benutze. Also aktuell, den Brozovic müsst ihr außen vor lassen, den habe ich einfach als Invest noch verkauft, aber unter anderem eine Karte wie ein Kunde ist sehr gut. Ich zeige euch auch gleich die Einkaufspreise. Ich habe hier einen Hakimi für 8.600 verkauft, ich habe hier einen Tomori für 9.700 verkauft, einen Davis für 9.200 wieder, Tomori, Davis, Edamilitao, Tomori, Edamilitao. Ihr seht das schon, das Ganze wiederholt sich so ein bisschen. Wir haben einen Quadrado für 6.000 verkauft und ihr könnt das hier einmal sehen bei den Einkaufspreisen. Ich habe einen Davis zum Beispiel für 7.000 Coins bekommen, ein Kunde für 5.500, 3.900 bei Quadrado, den wir gerade für 6 verkauft haben. Ihr habt gesehen, dass die Davis für 9.200 weggegangen sind und pro Karte haben wir dann um die 500 bis 1.000 Coins Gewinn gemacht und das ist alles nach einmal anbieten gewesen. Aktuell sind die gerade das zweite Mal überhaupt bei mir drinne und das ist eine sehr, sehr gute Trading-Methode, die ihr mit 100 Karten extrem erfolgreich betreiben könnt. In dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt noch weitere Investing-Tipps oder andere Videos schauen wollt von mir, findet ihr diese auf jeden Fall jetzt hier irgendwo eingeblendet. Lasst gerne ein Like. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.